Hallo Markus, hallo Feld, hallo Meer, und hallo Haus, und hallo Mobfarm, und hallo Micha. Boah ey, merkst du was? Was? Ich hab dich halt... Hallo, ich hab dich halt jetzt erst gesehen, Mann. Da musst du dich halt ein bisschen mehr in den Vordergrund drängen. Ja. Ich hab jetzt alles benannt, was ich grad in dem Moment gesehen hab. Das war eine rein zufällige Anordnung. Die hat nichts mit irgendwelchen Geschichten zu tun. So, okay. Äh, krass. Die Bina hat hier mal ein bisschen gebaut. Sie hat gemeint, sie hat mal ein bisschen weiter gemacht. Jetzt passt mal auf. Schaut mal ins Questbuch rein. Hier die ganzen Quests sind schon alle erledigt. 39% completed. Okay, jetzt gucken wir mal hier, ob wir alles abholen können. Heute, heute werden wir mal nur Quest-Sachen abholen. Claim Reward. Also da hat sie gebaut, Werkzeugstationen, Schablonenstanzer. Ja, okay, das kennen wir ja alles schon. Ah, genau, da war ja zwischendrin ein Reset, weil irgendwas am Server nicht funktioniert hat. Deswegen mussten wir alles nochmal von vorne machen. Oder besser gesagt, die Bina hat's gemacht. Growing Knowledge. Lexica Botania. Rewards Blumendünger. Okay, das war jetzt nicht so. Brigade. Brass, ey. Cropsticks. Claim Reward. Ja, 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 ja. Dann... Äh, Markus. Feeling Seedy. Agricultural Journal. Was gibt's? Oh, scheiße, jetzt bin ich wieder irgendwo reingelatscht. Hast du nicht gesagt, du hast irgendwo schon Weizen und so angebaut? Ja, die sind genau hinterm Haus, die ganzen Felder. Pro Stück. Ja, Kartoffeln und Karotten sehe ich. Ja, aber was anderes brauchst du eh nicht momentan. Achso, man braucht bloß die zwei Sachen, oder was? Ja, Weizen ist ja total ineffektiv. Ich könnte theoretisch ernten gehen, oder wie? Ja, immer nur durchgehen und rechtsklicken, dann bist du ruckzuck satt. Open. Einen Meißel. Ach, haben wir schon wieder Marmor bekommen. Unclaimed Reward. Aha, das habe ich doch auch schon gebaut. Requires. Eine Werkbank. Zypressen Setz. Nein. Nein. Werkbank. 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 Ich zeige euch. Markus, hast du mir die Kartoffeln was Besonderes vor, oder kann man die rausbraten als Ofenkartoffeln oder so? Welche meinst du jetzt? Für die Kartoffeln, die hier angepflanzt sind. Kann man die alle abernten, oder brauchst du die für irgendwas? Ein Buch. Eine normale Weltbank. Locker. Alles zum Verzehr. Da ist nichts wie besonders mit bedacht. Also gut, muss man nicht irgendwie, kann ich jetzt alles abernten und kann dann, keine Ahnung, Essen draus machen. Oder im Kompost da, wie du lustig bist. Okay. Kabinett. Netherstein. Bruchstein. Gefärbter Ton. Haben wir Ton? Haben wir Ton? Weiß ich nicht, musst halt reinschauen in die Kisten, wo die Biener reinsortiert hat. Ton. Ton. Roter Sand. Sand, 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 Sand. Ja. Du, ey, wenn ihr gleich, ich hoffe, ich kriege das in der Folge hin, wenn ihr wüsstet, was ich da jetzt gleich zusammenschuster, Stein, ist da irgendwo Ton, das kann ich gleich mal da reinlegen. Ton, 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 Granit, Granit, Granit. Du bist so leider kein Seed Analyzer, machst das alles langweilig. Ja, den hast du doch schon gebaut. Ey, deswegen ja. Ja. Also, was bringt's, den nochmal zu bauen? Der halt, der halt toll, ne? Das brauchst du eh ja bald für die Quest. Schablonenkiste. Was ist denn das? Also auch eine Schablonenkiste. Ähm, Ton. Ton ist auf jeden Fall Erde ohne Ende, die brauche ich aber nicht. Äh, nützlich ja. Also gut, ich muss mal ein bisschen unter Erde, äh, unter Tage. Unter Erde. Ich muss Ton suchen. Ja, das ist ja am, am Strand irgendwo ist immer Ton. Ach so? Ja, am, äh, am Wasser hab ich schon ganz oft Ton gefunden, allerdings halt noch bei Live in the Woods, ich weiß nicht, ob's, aber hier wird's ähnlich sein, oder? Granit? Ähm, nee, also hier ist es anders, da holst du den Ton aus den Pflanzen. Bist du dir sicher? Ja klar, ich hab das doch gemacht, schon die Quest. Ähm, da musst du einfach auf die Pflanzen auch rumkloppen, die da so rumlaufen, da rumfliegen. Rumlaufen? Ja, aber mit was rumkloppen? Egal, einfach, wenn du's nur mit der Faust warst, ist egal. Auf welche Pflanzen denn? Du hast doch Gras, verstorbenes Gras und hohes verstorbenes Gras und sowas, was da in der Gegend umliegt. Ja? Ja. Da einfach nur gegenkloppen, dann kommt der Ton raus. Aha, wie geht's denn raus? Hier. Oh man. Eigentlich ganz easy die Aufgabe. Aber droppt nur recht selten. Ich will Ton. Ich will Ton. Ich will Ton. Ton, Ton, Ton. Bede Töne mehr Töne. Einfach mit der Hand draufhauen. Ah, da kam Blumendümer? Tatsächlich. Da kommt echt Zeug raus. Knochen hier. Hier Dinger. Dinger, Dinger. Ja, aber das ist ja voll madig. Dann steht hier, das Einzige, was hier rumsteht, ist totes Gras und ich hau's auch noch alles weg. Dem ist ja kein Wunschkonzert. Und du bist sicher, da kommt Ton raus? Warum glaubst du das nicht? Ich hab da auch letztens andere Sachen gesagt, die richtig waren, oder? Ja, aber du hast aber auch andere Sachen gesagt, die falsch waren. Zum Beispiel? Dass man keine Steinspitzhage machen kann. Weil wo du nämlich das letzte Mal weg warst, dann hat die Bühne auf einmal gesagt so, ey, ich hab grad ne Steinspitzhage gemacht. Genauso wie ich's gesagt hab. Ja, die weiß ja auch alles. Die ist ja auch viel weiter, ne? Gänzchensand, Kies, Kies, riesiger Sand. Ich hab doch hier auch irgendwo Ton gehabt im Wasser. Ja, hast du das letzte Mal auch schon Ton gefunden, hab ich ja gesagt. Ja. Aber ich brauch nicht nur Ton, ich brauch diese Ton-Dingensbumsens da. Die richtigen Steine. Was ist das eigentlich für ne merkwürdige Musik hier? Aber Markus? Ja? Findest du denn nicht, dass wir Weizen auch anbauen sollten, um Brot zu machen? Wenn du unbedingt Brot haben möchtest, kann ich das ja tun. Jetzt warte mal, ich guck mal grad nach dem Essen, was man machen kann. Das hat ja letztens hier so ein bisschen umgeverschönert, das kann ich ja nur weg... Nee, ich guck grad, weil das letzte Mal konnten wir ja total viele Lebensmittel machen, weißt du, was ich meine? Ja. Wie heißen die? Heißen die Lebensmittel nochmal? Die Biene hat mir damals irgendwas gesagt gehabt, wie man das, was man eingeben muss, damit man draufkommt. Was war das? Bisschen, du weißt das auch nochmal, ne? Ein Weidesamen hab ich. Hä? Ich weiß, ich hab jetzt nicht zugehört, Entschuldigung. Für die Lebensmittel. Man konnte doch Lebensmittel machen, oder nicht? Haben wir das jetzt hier auch wieder? Wie hieß denn das? Äh, du meinst, äh, 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 hier diese komische Koch-App, wollte ich jetzt schon sagen. Mhm. Ja, die mein ich. Ich glaub nicht, dass es die gibt hier. Sag mal hier, roter Sand, roter Sand, gib mir Ton. Ich hab doch so viel Ton schon eingesammelt, wo ist der alles hin? Für was habt ihr den Ton verschwendet? Ich weiß es. Für den blöden Eimer, Markus. Ich hab' ge... Ich hör' dich nicht schon wieder. Markus ist abkackt. Abgehackt ist der Markus. Abgekackt, abgehackt. Ha, 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 ha. Wird man gar nicht mehr. Markus? Nee. Das ist auch gar nichts. Ach so. Er hat vertieft im Craft und... Jetzt ist er grad komplett weg vom Fenster. Weißt du, was ich mir wünschen würde, dass der Markus mal wieder seine Viecher macht? Ha, 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 ha. Welche Viecher? Der Markus hat doch über seine Kühe und so, oder nicht? Hühnerfarm, ne Hühnerfarm. Ach, Hühner, genau, die Hühner. Ja. Da lachen ja die Hühner. Der Markus braucht ne Hühnerfarm. Ah, das hat uns aber gut ernährt. Was ist das? Slate? Was ist Slate? Schauen wir mal. Nehmen wir mal mit. Slate ist neu. Kenne ich noch nicht. Rissiger Saar. Boah, da ist so viel Zeug drin. Voll viele Bienen gibt's hier. Chaotische Königin. Endere Königin. Das Schlimmste ist... Radioaktive Drohne. Boah, hier ist... Hier war gerade richtiger... Richtiges Gras. Da unten? Nein, da stirbt man. Rissiger Sand. Ach komm, schau nicht. Oh, es ist schon wieder dunkel. Ja, ja. Ihr zwei könntet euch schlafen legen, dann wird's wieder hell. Da wär ich euch sehr verbunden, aber... Ja, ich lauf hier gerade in der Pampa rum. Ja, dann geh doch aufbinden. Eben, ich geh schlafen. Da ist auch wieder... Wenn du eh nicht in der Pampa bist, dann komm doch eh nicht schlafen, der Held. Doch. Du musst doch mitschlafen. Nein, es... Genau, schau, es müssen... Es muss über 50% schlafen gehen von dem Server. Und dann wird's hell. Also, Markus, komm. Komm ins Bett, Markus. Hey. So. Now sleeping. Funktioniert anscheinend doch nicht. Hä? And nothing works. Beach. Sauerei. Der Binz hat Unrecht. Wie immer. Ja, und jetzt? Trau ich mich nicht drauf. Ach, draußen sind ja keine Monster, oder? Doch, doch. Ich hab ja auch kilometerweit fackeln. Deswegen meine ich ja, der Markus hat noch fackeln gestellt. Kein Problem. Slate. Ach, komm schon. Ich will Ton haben. Das ist ja auch noch voll die Chill-Musik. Ich lauf hier nachts entlang. Haben wir nicht noch einen Ofen? Haben wir nur einen Ofen? Ich bin voll gechillt. Ich bin voll gechillt. La 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 la. Da ist ja krass. Du 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 du. Was heißt ein Mops? Bedeutet das? Was? Mops? Mops oder Mods? Mops mit M. Nein, mit mit B oder mit D? Mit B. Bertha. Nein. Bater OBS. OBS? Das ist ein gutes Aufnahme. Oh, Christian. Creeper. Nein, ist nicht. Ja, naja, ist schon auch gut, aber auch nicht so gut. Aber vielleicht auch gut. Aber könnte auch nicht so gut sein. Kommt immer drauf an, wer es gerade benutzt. Ich finde keinen Ton, Leute. Hast du auch schon auf die Pflanze rumgehauen, wie bekloppt er? Ja, hab ich. Da kommt überhaupt nichts raus. Immer nur Blumendünger und so ein Scheiß. Das kommt ja auch raus, aber da kommt auch Ton. Wo duldig du sein musst. Ja, ich habe aber schon im Meer Ton gefunden. Oh Gott, jetzt ist dann hier 10 Milliarden Creeper rum. Sag mal, was habe ich denn da für eine komische Playlist? Jetzt habe ich so, 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 so ein, so ein, ähm, 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 ähm. In Tibet. Tibet, tibetanische, äh, Mönchmusik habe ich jetzt. Ah, die machen mich Platz, ich sind zu zweit. Ah, ah. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ich habe nicht mehr... Da, da steht eine Fackel. Ich habe eine Fackel gefunden. Ah, da ist ein Spawner. Ein Zombie-Spawner. Da war aber nicht genug von Fackeln. Ja, aber du hast einen Zombie-Spawner freigelassen mit einer Fackel obendrauf. Du bist ja krass. Äh, so. Da habe ich mittlerweile drei Questbücher drinnen. Hallo, darf ich nicht Schrägstrich rummachen? Ah, jetzt halt. Oh, komm schon, Musik. So. Boah. Ähm, ähm, ja, Leute, ähm, mit Ton schaut es schlecht aus. Boah, habe ich denn das leer gehabt? Das war doch hier hinten irgendwo. Das sind irgendwelche Wasserpflanzen? Ich würde mal aus Warcraft zitieren. Arbeit, Arbeit. Arbeit, Arbeit. Arbeit, Arbeit. Kann man das vielleicht... Das kann man doch bestimmt auch unten finden. Ich grab mich jetzt einfach mal ein wenig rum. Hast du mal in unserem kompletten Lager nachgeguckt, weil wir wirklich nichts haben? Ja, habe ich. Du hast das für alles für deine komischen... Hä, was habe ich hier eigentlich gestellt? Ich habe hier, äh, rote Kreuzchen für nicht ausgeleuchtet, oder? Du F7 aktiviert hast? Ja. Dann schalte ich das mal wieder aus. Du meinst, dass es intelligent ist? Ähm, Granit, Sand. Ach, komm schon. Arbeit, Arbeit. Ja, ich weiß schon, das gefällt dir jetzt, dass ich hier gestresst bin, weil ich kein... ...Zeug finde. Nein, 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 das würde ich jetzt nicht sagen, aber ich habe es recht einfach gefunden. Ich bin für die ganze Zeit durch die Weltgeschichte gelaufen und habe alles zerhackt. Irgendwann hatte ich meinen Ton zusammen. Ja. Nee, sage ich ja, Arbeit, Arbeit, weil das kostet schon ein bisschen was. Ja, aber ich habe es doch so schnell gefunden gehabt. Gleich am Anfang. Und dann, was macht ihr? Ihr macht da irgendwelche komischen Lava-Eimer draus. Weil er sich selbst gesucht hat, aber ist gut. Was? Aber wo ist dann mein Leben hin, den ich gefunden habe? Der Server hat auch einen Neustart gehabt, dachte ich. Ja, aber die Sachen waren ja trotzdem noch da. Was nicht? Ja, die Sachen, die sind jetzt nicht weg. Nur die Quests. Ja, die Quests waren weg. Was brauchst du tun, Christian? Ja. Ja, auch mal suchen. Arbeit, Arbeit. Hör auf. Ich mag den Kleinen. Der ist cool. Der Arbeit, Arbeit. Halt, ich wollte ein paar Fackeln mitnehmen. Ja, das erinnert mich an diese Warcraft 3 Zeit. Das war cool. Ja. Haben wir irgendwo Fackeln? Ähm, selber bauen? Mit was? Mit Kohle und Sticks. Das baue ich es dann ab? Mit einer Spitzhacki, ne? Äh, was? Ach so, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Lehm könnte sogar mit einer Schaufel sein. Lehm mit einer Schaufel, ja. Ton, Christian. Ton, ja. Ach, ich glaube, ich habe Lehm gefunden, nicht Ton. Aber man kann, aus Ton kann man ja Lehm machen. Was haben wir denn hier? Hellgrüner Stein. Aha. Stein. Wenn kein D-Sit ist. Alles an D-Sit? Ja, äh, machen wir noch drei Minuten, dann sind es 20. Hellgrüner Stein. Wie stylisch, so im Gegensatz zu grauen Stein, ist hellgrüner Stein dann schon, äh, ein Fortschritt. Ich habe Marmor gefunden. Oh, das wird der Bieder gefallen. Ha? Noch mehr Marmor. Aber dabei wollte ich doch eigentlich Lehm suchen gehen. Aber hier unten wird es kaum Lehm geben, weil hier ist kein Wasser. Mann, ey. Dafür nehme ich jetzt den Hammer mit. Und komme hier hoffentlich auch wieder raus. Ach, irgendwo war doch Werkzeug. Ich hole mir da jetzt einfach was raus. Aber keine Schaufel. Wie beschält es da? Ja. Ja. Würde ich auch machen. Aber da ist keine Schaufel. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich sehe es schon kommen. Wo bist du eigentlich hingelaufen? Einfach irgendwo? Also ich bin gerade unterm Haus in der Erde. Ach so? Ja. Weil... Ich gedacht habe, ich finde vielleicht unterirdisch was. Aber ich habe jetzt nur Marmor gefunden. Und ganz viel Erde. Was wir auch noch gut brauchen werden. Weil Erde bedeutet Felder. Und Felder bedeutet anbauen. Und anbauen bedeutet Leben und Sachen. Hier in dem... Deswegen heißt es ja auch Regross. Ich habe hier so einen Ansatz von drei Höhle. Ist ein Mod-Sub da? Oh, ist schon wieder kaputt. Aber das ist fein. Dass man hier einfach die Schaufel reinlegt. An Flint. Und zack ist er repariert. So einfach ist das. Geh weg du Monster! Hast du... Hast du ein Schwert dabei? Ja. Gut. Granit. Schade. Ich habe mich schon gefreut. Und so einen Zombie-Kopf habe ich jetzt gekriegt. Den kannst du mitbringen. Damit dekorieren wir das Haus. Bis die Wände komplett aus Zombie-Köpfen beschehen. Ich brauche eine Schaufel. Markus? Jo. Magst du mir eine Schaufel bauen? Ja. Weiterhauen. Okay, Leute. Ich gehe jetzt hier noch rauf. Oder besser gesagt, ich versuche wieder rauszufinden. Und dann gucken wir mal was wir hier so alles gefunden haben. Und dann werde ich mal kurz außerhalb der Aufnahme hier noch ein bisschen rumpacen, weil sonst ähm ja, keine Ahnung, was war denn das jetzt? Ist da nicht gerade irgendwas explodiert? Obwohl, ich kann ja selber eine Schaufel auch bauen. Das fällt mir gerade so ein. Kannst du hier in Minecraft alles machen, ja. Schaufel. Du kannst aber auch einfach den Markus fragen, das ist am einfachsten. Genau. Hier. Was hier? Hab ich sie jetzt? Ja. Ja, toll. Die ist ja schon gleich kaputt. Ja, dann nimm dir ein Flint. Flint? Da ist doch auch eine Schaufel drin. Pass auf, hier ist Flint. Da ist doch keine Schaufel drinnen. Ja, die habe ich jetzt genommen wieder. Nimm dir mal einen Stapel Flint hier. Was ist Flint? Hier steht doch Flint. Ach, Feuerstein. Ja. So, hast du dir einen Stapel genommen? Ja. Jetzt pack den Flint in, mach E, pack Flint oben rein ins Handwerk und die Schaufel oben rein ins Handwerk. Und dann nimmt die neue Schaufel wieder raus. Rechts. Ah, die ist dann repariert? Ja, und jetzt kannst du das Flint wieder unten rein machen und immer wenn die kaputt... Da, das nehme ich mit? Ja, genau. Und immer wenn die kaputt geht, dann... Nein, das kannst du doch in deinem... Ach so, in E, ja. In E, okay. Ja, 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 ja. So, Stein. Steine, Marmor. Ich gehe mal gucken. Biurit. Undesit. Erde. Kies. Bruchstein. Kies. Hoffentlich mache ich nichts falsch. Ähm, Erde und Sand. Tschöger, 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 tschöger. Was? Ach so. Hier. Das... Das Brot da. Ein Feuerstein. Erde. Holzkohle habe ich ganz viel gefunden. Boah, ich habe schon mal Holzkohle her. Soll ich die Aufnahme mal beenden? Wie bitte? Die Aufnahme mal beenden. Da, ne? Ja, vielleicht. Warte mal, ich mache noch schnell hier so ein paar Fackeln. Boah, mach schnell hier, mach schnell da. Ist schon jetzt 50 Minuten Aufnahme. Du bist neiner. Ihr seid... Ihr seid total gedröbelt. In der Auf... Äh, im TeamSpeak. Also, Leute. Das ist echt... Das ist wieder ganz schön lang geworden. Und nichts ist passiert. Ich wollte diese eine Quest machen. Und ich werde jetzt Ton finden. Und wenn ich Ton habe, erst dann nehme ich die nächste Aufnahme auf. Ich dachte, Leben? Leben, ja. Ciao! Ja, genau, ciao. Tschüss!